Hey, Robin hier. Willkommen zurück zur letzten Folge meiner Serie, die du übrigens alle hier oben in dieser Playlist oder in der Beschreibung findest. Du hast also ein schickes neues iPhone Pro oder Pro Max 15 oder höher. Oder vielleicht hast du dir sogar eine Vision Pro zugelegt und nimmst seither links und rechts räumliche Videos auf, als gäbe es kein Morgen. Aber was machst du jetzt mit dem ganzen Material? Es gibt zwar noch keine native Lösung für die Bearbeitung von räumlichen Videos in Final Cut Pro, aber Compressor ab der Version 5.8 bietet eine Lösung, mit der du aus dem linken oder rechten Auge von räumlichen Videos Videos oder Bildsequenzen erstellen kannst, die sich perfekt für die Nachbearbeitung in Final Cut oder in anderen Programmen eignen. Aber was genau bedeutet räumliches Video? Und was kannst du mit einem bearbeiteten räumlichen Video, zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, machen? Lass uns ins Thema eintauchen und es herausfinden. Zunächst einmal, wenn du einen Clip wie diesen, den ich mit einem iPhone aufgenommen habe, oder diesen von einer Vision Pro hast, wirst du feststellen, dass er auf deinem Mac oder iPhone nicht anders aussieht, als wenn du ihn normal oder nicht räumlich aufgenommen hättest. Wie ist das möglich und was ist 3D oder räumliches Video überhaupt? Das 3D in 3D Video oder in diesem Fall das Räumliche in räumliches Video wird gleichbedeutend mit Stereoskopisches verwendet, die alle ein Bild für das linke Auge und ein sehr ähnliches Bild aus einer etwas anderen Perspektive für das rechte Auge liefern. Diese Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Auge, die Parallaxe genannt wird, bewirken, dass du bei der Darstellung des Videos eine dreidimensionale Tiefe wahrnimmst. Bei der Aufnahme von räumlichen Videos wird eine einzige Videospur für alle Stereobilder verwendet, um die Kompatibilität mit der normalen 2D-Videoproduktion zu gewährleisten. Diese Technik stellt sicher, dass das Video von nicht 3D-fähigen Wiedergabesystemen dekodiert und damit in 2D-Workflows angezeigt werden kann. Um diese Stereobilder zu liefern, hat Apple die Unterstützung von MV-HEVC eingeführt, eine Erweiterung von HEVC, wobei MV für Multi-View steht. Und da MV-HEVC eine Erweiterung von HEVC ist, profitiert es übrigens auch von der Hardwarebeschleunigung von Apple Silicon. Das ist also der Grund, warum dein räumliches Video normal aussieht, wenn du es auf einer 2D-Quelle betrachtest. MV-HEVC speichert die 2D-Basisansicht in jedem komprimierten Bild. Aber es kodiert auch die Unterschiede, oder Delta, zwischen dem linken und dem rechten Bild, so dass 2D-Decoder die 2D-Basisansicht, zum Beispiel das linke Auge, verwenden können, während 3D-Decoder die andere Ansicht berechnen, um sowohl die Bilder für das linke als auch für das rechte Auge anzuzeigen. Diese Technik wird als 2D plus Delta bezeichnet. Wenn sowohl das linke als auch das rechte Bild den entsprechenden Augen angezeigt werden, wie zum Beispiel bei einem Vision Pro, entsteht ein Gefühl der relativen Tiefe. Bei der Bearbeitung müssen jedoch etliche zusätzliche Faktoren, wie die drei primären Zonen der stereoskopischen Tiefe und verschiedene Metadatenoptionen berücksichtigt werden. Daher ist die Entwicklung eines umfassenden Bearbeitungsworkflows schon deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Was kann ich also mit meinen tollen neuen räumlichen Videos in Compressor anstellen? Nun, nachdem ich Compressor geöffnet habe, ziehe ich einen Clip einfach in den Stapellistenbereich in der unteren Hälfte des Fensters und wenn ich es auswähle, damit es im Viewer angezeigt wird, kann ich im Informationsfenster oben rechts sehen, dass es sowohl 3D ist, erkennbar an dem Vision Pro-förmigen 3D-Symbol, als auch MVH-VC kodiert ist. Wenn ein räumliches Video im Viewer angezeigt wird und ich in das Anzeigemenü schaue, gibt es hier ganz unten einen neuen Bereich Stereoskopisch. Hier kann ich wählen, welche der beiden Perspektiven oder Augen des Clips ich sehen möchte. Entweder die voreingestellte linke oder die rechte. Wenn ich hin und her wechsle, kann ich den leichten Perspektivenwechsel auch deutlich erkennen. Jetzt muss ich nur noch eine Voreinstellung oder vielmehr Voreinstellungen für den Export festlegen. Eine für jedes Auge. Das Ausgabeformat kann so ziemlich alles sein, vom Quicktime-Film bis zur Bildsequenz. Ich entscheide mich für Quicktime-Filme. Und um sicherzugehen, dass ich die richtige Auflösung, Bildrate, Komprimierung und alle relevanten Einstellungen, also die des Originals beibehalte und nichts ändere, was die Qualität der Ausgabe beeinträchtigen könnte, kann ich einen kleinen Geheimtipp als Abkürzung dafür verwenden. Ich kann den Original-Clip einfach direkt in die Seitenleiste der Vorgaben ziehen, bis der Abschnitt eigene aktiv wird. Wenn ich die Maus loslasse, sehen wir, dass Compressor eine neue benutzerdefinierte Voreinstellung mit dem Namen erstellt von und dem Namen des Original-Clips erstellt hat. Mit anderen Worten, wenn ich die Vorgabe auswähle und ihre Einstellungen anschaue, sehen wir, dass sie bei unveränderter Anwendung auf einen beliebigen Clip in meiner Stapelliste mit genau denselben Eigenschaften exportiert wird, wie der Clip, aus dem sie erstellt wurde. In diesem Fall in HD und HEVC komprimiert. Cool. Und wenn ich nur erwarte, dass ich Videos von einem iPhone transkodieren muss, kann ich alles so lassen, wie es ist. Aber da ich auch möchte, dass dies auch für die räumlichen Videos vom Vision Pro mit 2200x2200 Pixeln funktioniert, stelle ich mal die Bildgröße auf Automatisch. Und um bei der Bildrate auch sicher zu gehen, stelle ich die Bildrate genauso ein. Auf halber Höhe der Parameterliste sehe ich auch, dass es ein neuen Menü für die stereoskopische Einstellungen gibt, das man auch nur bekommt, wenn ein räumliches Video erkannt wird und das auf Automatisch eingestellt ist. Wenn wir hineinschauen, sehen wir, dass es eine Option Linkes Auge und Rechtes Auge gibt. Ich stelle es mal auf Linkes Auge. Zurück in der Seitenleiste der Voreinstellungen benenne ich diese Voreinstellung einfach in Linkes Auge um. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf diese Voreinstellung und wähle Duplizieren oder drücke Command D. Ich nenne diese Vorgabe wiederum Rechtes Auge und wähle natürlich in den Videoparametern die stereoskopische Einstellung Rechtes Auge aus. Jetzt muss ich nur noch Command drücken, um sowohl den einen als auch den anderen auszuwählen und sie auf meinem Clip in der Stapelliste zu ziehen. Ich kann den Speicherort ändern, wenn ich möchte und sehe, dass die Clips dank der Namen meiner Vorgaben automatisch mit dem Zusatz Linkes und Rechtes Auge versehen werden. Darüber hinaus, wenn ich wollte, könnte ich diesen Auftrag auch zurück in die Seitenleiste in den Bereich eigene ziehen, um eine Gruppe zu erstellen, die beide meiner Voreinstellungen enthält und kann diese zum Beispiel räumlich links rechts nennen. Wenn ich jetzt auf Stapel starten klicke, ist der Export in Sekundenschnelle erledigt und die beiden Clips erscheinen neben dem Original auf dem Schreibtisch. Und das war's dann auch schon. Aber um den ganzen Prozess noch einfacher zu gestalten, habe ich noch ein paar super einfache Tipps, falls du diese Aufgabe oder auch jede andere Compressor-Aufgabe in Zukunft meinst, noch öfters erledigen zu müssen. Jetzt, wo ich eine Gruppe meiner beiden Vorgaben habe, kann ich sie einfach mit der rechten Maustaste anklicken und als Droplet sichern wählen. Speichere es auf dem Schreibtisch. Und jetzt kann ich meinen anderen Clip oder meine anderen Clips einfach auf das Droplet ziehen. Das Dialogfenster überprüfen, ob es auch die richtigen Vorgaben verwendet und den Speicherort ändern, wenn ich will, und auf Stapel starten klicken. Und wieder nur Sekunden später habe ich meine beiden Clips. Mein zweiter Tipp wäre noch die Steigerung von der Verwendung eines Droplets. Ich habe zwei Ordner auf meinem Schreibtisch, RV rein und RV raus, die sowohl auf meinem Mac als auch im Netzwerk liegen könnten. In Compressor gehe ich einfach mal auf den Überwachte Ordner-Reiter. Um hier einen Überwachungsordner einzurichten, kann ich oben rechts oder auf das Symbol in der Mitte klicken oder ich ziehe einfach meinen Quell-Ordner, also den Ordner RV rein auf das Fenster. Damit ist mein Überwachungsordner eingerichtet und ich muss nur noch meine Voreinstellungsgruppe räumlich links rechts darauf ziehen. Wenn ich einen Rechtsklick auf die Ordner für den Speicherort in der Liste mache, kann ich dafür meinen RV raus Ordner festlegen. Die angezeigte Namenskonvention ist zwar ein wenig irreführend, wie wir gleich sehen werden, aber das wars. Zum Schluss muss ich ihn nur noch aktivieren, entweder mit dem Kontroll-Kästchen neben seinen Namen oder über das Status-Menü auf der rechten Seite. Jetzt könnte ich Compressor einfach beenden, aber ich lasse es mal geöffnet, dass wir sehen können was passiert und lege ein paar Clips in meinen Reihenordner und… Compressor fängt sofort an zu arbeiten und ein paar Augenblicke später tauchen meine geteilten Clips in meinem Raus-Ordner auf. Super einfach! Und nur um zu zeigen, dass es auch wirklich wie erwartet funktioniert, hier sind ein paar der Augenpaare übereinander, jeweils mit einer Deckkraft von 50%, so dass man die beiden Perspektiven oder Augen und die daraus resultierende Parallaxe deutlich erkennen kann. Wenn du das eine Auge über das andere legst und die Füllmethode Differenz verwendest, wird die Parallaxe noch deutlicher und du siehst, dass die Perspektiven bei näheren Objekten weiter auseinander gehen als bei weiter entfernten. Oder du kannst ein 1920x2160 Projekt für das iPhone-Material erstellen und die Clips übereinander legen, um ein stereoskopisches Over-Under-Clip zu erstellen, wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, der ihn für die Anzeige auf bestimmten 3D-Fernsehern benötigt. Oder sogar ein 4400x2200 oder 3840x1080 Projekt, je nachdem woher das Material stammt, um eine Side-by-Side-Version zu erstellen. Dafür kannst du auch Effects-Voreinstellungen erstellen, wie ich sie hier für das iPhone oder Vision Pro habe, die du einfach auf den entsprechenden Clip ziehen kannst. Oder auswählen und per Doppelklick anwählen, um sie entsprechend schnell und einfach zu positionieren. Und kannst dann deinen Schnitt exportieren. Dann kannst du dir, zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, bevor Final Cut Pro und Compressor diese Funktion nativ unterstützen, zum Beispiel den Spatial Encoder aus dem AppStore besorgen, der nur magere 2$ kostet. Damit kannst du dann den Clip laden und mit der Einstellung Full Side-by-Side dein Video zurück in das MV-HIVC-Format konvertieren, um es auf einem Vision Pro oder einem anderen 3D-fähigen Gerät abzuspielen. Oder, wie wir jetzt wissen, einfach wie jeden anderen 2D-Clip ansehen. Besitzt du ein schönes neues iPhone mit der räumlichen Videoaufzeichnungsfunktion oder sogar einem Vision Pro? Dann ist dies der erste Schritt, um aus beidem ein bisschen mehr herauszuholen. Zumindest so lange, bis Final Cut eine native Workflow-Option anbietet, falls dies zu der Zeit, in dem du diesen Clip siehst, noch nicht geschehen ist. In diesem Fall wirst du sicher auch dazu ein Tutorial hier auf dem Kanal finden. Und damit sind wir am Ende meiner kleinen Serie über die neuen und interessanten Dinge in dieser Version angelangt. Ich hoffe, du fandest die Videos informativ und wenn ja, zeige gerne deine Wertschätzung mit einem Like und einem Abo, damit ich dir auch weiterhin Videos wie dieses liefern kann. In der Zwischenzeit kannst du dir die Playlist mit den vorherigen Videos dieser Reihe ansehen, falls du es noch nicht getan hast. Zum Beispiel das vorherige über die verbesserten Effektkontrollen oder den erstaunlichen neuen Slow-Mo Glatt. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!